Herzlich willkommen zu der Folge FischCopTV. Hier ist euer FischCop und auch die Honeyblume ist wieder dabei. Hallöchen! Ja, herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen hier bei uns in der lustigen Runde. Lange ist es her, dass wir mal wieder gespielt haben. Jetzt ist es wieder soweit. Und ich habe keine Ahnung mehr, was wir eigentlich gemacht haben. Ich auch nicht. Doch, natürlich haben wir Ahnung. Wir haben hier schon zwei Star Rides gemacht. Wir könnten noch ein paar Splitter holen. Aber wie? Wir lassen nur Gorillas in unsere Truppe und du bist kein Gorilla, sagt er. Äh, ja noch nicht. Also dann muss ich Gorilla werden, wa? Ich denke auch. Dann wirst du einfach mal King Kong. Äh, Notizblock verwenden. Adjektiv. Gorillarischer? Ja, Gorilla-risch. Gorilla-risch. Gorilla-artige. Ja. Jawoll! Der Truppe beigetreten. Das war ja einfach. Geil! Ich wollte schon immer mal Gorilla-risch sein. Ach, das darf ich nicht. Aber jetzt haben wir schon den Star Rides bekommen, oder was? Joa. Das war ja nicht so schwer. Lass uns doch mal gucken, was der Elefant hier möchte, oder was? Hilf mir, hier Ball zu üben. Nur als Elefant kannst du in meine Gruppe kommen. Äh? So, der will malen üben. Dann? Dann machen wir doch mal hier einen Stift. Gibt's ja wirklich, ne? Es gibt ja so einen Elefanten, der verkauft seine Bilder irgendwie für tausende von Euros. Stimmt. Hier, Digga. Oh. Oh. Ein französischer Elefant. Guck mal, der hat eine Blume gemalt. Der neue Künstler. Elf et Elefant. Le Fant. Le Fant de la Chanson de la Baguette. Heißt Fant nicht irgendwie Kind oder so? Ach. Enfant heißt Kind. Ach ja, Enfant. Enfant. Dein Klugscheißer. De la Chanson. De la Baguette. So, warte mal. Hier? Ja? Können wir in Jurassic Park. Der Saurus Park. Ja, los geht's. Wow. Oh, ist das spannend. Willkommen in der Saurus Park. Oh, das sieht aber sehr Jurassic Parkig aus. Oh, krass. Was ist hier? Oh, krass. Cool. Wow. Cool. Okay, hier können wir wieder zwei große Sterne holen. Wo bin ich hier? Hast du als kleiner Junge auch Dinosaurier toll gefunden? Ich hab damals sogar, damals gab's da noch diese Fernsehwerbung, wo dann auf einmal jemand gesagt hat, guck mal hier, dieser Ordner über die Dinosaurier, die musst du sammeln und so, das musst du dir jetzt holen, ruf an, jetzt. Für 5,80 Mark. Und das durfte ich dann und dann hab ich so Dinosaurier gesammelt, die man aufbaut. Keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ah, ach so, so Hefte waren das und dann gab's da. Ja. Toll. Warte mal, der kleine Junge weint. Ich habe meinen lila Spielzeugflux Aurea Pterodactylus verloren. Findest du ihn für mich? Ähm. Also, na ja. Hier ist, glaub ich, ein Pterodactylus. Guck mal, den können wir werfen. Ich will mal runtertreten. Ah ja. Geil. Oh, jetzt ist er aber groß und grimmelig. Guck mal. Ach, das ist die Mama. Jetzt hat er den Jungen genommen. Können wir den irgendwie noch retten? Hilfe, sorg dafür, dass mich der Pterodactylus fallen lässt. Wollen wir den mal hauen? Oh, willst du den echt hauen? Willst du den nicht kitzeln? Kitzeln. Aber wie denn? Kann man den kitzeln? Ach so. Ich weiß nicht. Ähm, Notizblock. Äh, Objekt bearbeiten? Nee. Adjektiv? Nee. Ich könnte ja interagieren, aber das geht auch nicht. Reiten. Ich reite den jetzt. Pff, aua! Ah. Oh yeah. Das ist eh viel cooler, als hier mit so einem Jetpack rumzufliegen. Ja, eben. So. Hier ist ein großer Stern. Was ist hier? EchsenTime. Hier ist ein Ei. Eier finde ich gut. Ei auch. Das ist aber ein braunes Ei. Das war golden. Ach so. Das ist aber ein Ei. Natürlich. Golden. Na klar. So, warte mal. Wir holen uns mal den großen Star-Rike hier. Pass mal auf. Star-Rike? Entdecke den entlaufenden Allosaurus und fang ihn ein. Ach, also gibt's Allosaurus? Bestimmt. Früher kann ich mich aus. Früher. Als du noch klug warst? Ja, ja. Als mein Gehirn noch interakt war. Wie gut er sich versteckt hat. Hast du gesehen? Ein Dinosaurier ist entlaufen. Schreibe jemanden, der ihn wiederfinden kann. Ähm, Jeff Goldblum. Genau. Ich liebe Jeff Goldblum. Wenn ich eine Frau wäre. Oh mein Gott. So, ähm. Ja gut, aber ich habe ihn ja jetzt schon gefunden. Gibt's Jeff Goldblum? Bestimmt nicht. Ja, so blöde Einnahmen gibt's immer nicht mehr. Das wär so lustig. Gibt's auch dann Indiana Jones nicht und so Kram? Oh shit. Dann ist halt ein... 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 Ich weiß nicht, wie man Saurier findet. Ein Bier. Ah, ein Bier. Natürlich. Wieso gibt's gar nicht ein Bier hier? Wenn man genug davon trinkt und dann so besoffen ist, findet man bestimmt auch Dinosaurier. Das ist schön, ich hab's da hinten. Das ist so sauer, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf, das ist so sauer. Okay, pass auf, Professor. Doktor. Schreibt man das so? Nee, ne? Mit einem F. Das ist Archäologen? Fakultät. Oh, Archäologe. Okay, die Professorin schmeißen wir mal weg. Die ist eh schlecht, glaub ich. Archäologe. Ist bestimmt auch wieder falsch geschrieben, ne? Ja. Ach, shit. Er ist ja nicht so gut. Yay! Der Jäger findet vom Dinosaurier keine Spur. Gib ihm ein Gerät, das ihm dabei hilft, den Dinosaurier aufzuspüren. Eine Wünschelrute. Eine Dinosaurier-Wünschelrute. Du meinst, eigentlich meinst du ein Dinosaurusuchus. Natürlich meine ich das, ein Saurus-Detektorus. Wünschelrute. Gabelbein, Holzrute, jetzt fehlt hier der Dinosaurier-Sucher. Ja, was ist denn ein Gabelbein? Und ein Löffelarm. Stehlen. Okay, wir wissen immer noch nicht, womit sie den Dinosaurier suchen soll. In der Lupe. Habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, er ist schneller als du. Tatsache. Oh ja, ich sehe jetzt den Dinosaurier. Der Plan des Jägers ist es, den Dinosaurier zurück in den Käfig zu locken. Ich würde sagen, platziere etwas im Käfig, das den Dinosaurier ködert. Ich würde sagen... Ja? Ich würde sagen, ein kleines Baby. Was? Na sicher. Die sind schön zart. Jawohl. Oh, das riecht so nach Babypuder. Das lockt die immer an. Ja, das ist bestimmt ein weiblicher Dinosaurier. Was denn jetzt? Gleich leuchtet sein Unterbus. Der Dinosaurier hat den Köder nicht beachtet und jetzt sitzt der Jäger in der Falle. Gib dem Zuwärter etwas, das die Aufmerksamkeit des Dinosauriers auf sich zieht. Noch ein Baby. Noch ein Baby. Oder ist das ein männlicher oder ein weiblicher Dinosaurier? Warte, ich weiß nicht. Ich wollte gerade was sagen, aber der war so flach, dass ich ihn habe sein lassen. Och, Mano, ich will die Flachen haben. Nein. So flach, dass... Nein. Ähm... Womit lockt man denn so ein Dinosaurier? Mit einem Eis. Ey. Ja klar. Mit dem Gletschereis. Ähm. Mit einer Jungfrau. Was ist das? Zipi? Ja, weiß ich nicht. Aber das sieht gut aus. Ich weiß es auch nicht. Aber das sieht gut aus. Mit einem weiblichen Dinosaurier. Wollte ich ja auch machen, aber... Mit Pheromonen. Äh... Mit... Bring mal das Baby in Sicherheit. In die Mülltonne. Sehr gut. Gib mal das Eis her. Gib mal das Eis her. Gib mal das Eis her. Oh, ein Tipp. Ich brauche etwas, das ein lautes Geräusch erzeugt. Warum? Silvesterknaller. Äh... Bei Zombies funktioniert das. Knaller. Soll ich den Knaller züchten? Feuerwerkskörper. Hier. Yeah. Äh... Das macht Musik. Der Dinosaurier sieht nach dem vielen Umherren ziemlich müde aus. Finde einen Weg, um ihn einzuschläfern. Ähm... Ein Schlager. Ein Schlagersänger. Ein Schlager oder was? Schlagersänger. Ach so. Ich dachte mit einer Spritze. Schlagersängerin. Nee, Spritze. Guck mal, wer das... Ist das nicht Tom Jones? Ist der Schlagersänger? Der hat sich... Der hat sich das Eis geholt. Der hat sich das... Der hat das Eis gesnackt. Hm. Hm. Einschläfert. Ja, dann nehmen wir jetzt die blöde Einschläferungsspritze, oder? Wie heißt denn das? Nein. Was nehmen wir denn? Wir nehmen eine Spieluhr. Oh. Aber ein warm. Getränk. Hä? Äh... Hier, Tom Jones, nimm mal bitte die Rakete. Ähm... Geh back. Sex, boom, sex, boom. Oh, jetzt hat er den Kakao genommen. Ja, er schläft da rein. Jawohl. Wie, was? Jawohl. Guck mal, wo er... Er hat ihn einfach so in die Hand genommen. Das ist ein Handtaschendinosaurier. Jetzt hat er das Baby. Und einem... Eine Tasse Kakao. Ja, ja. Und zu meinem Baby genieße ich gerne eine warme Tasse Kakao. Mal schönes Baby reintrunken. Wir haben schon 19 Star Rides. Star Rides. Star Rides würde ich schon die ganze Zeit sagen, Mann. Star Rides erinnert mich voll an eine Serie. Also so eine... An Stargate. So eine Comicserie. Nee, so eine... Wie ist denn was? Serie? So eine Kinderserie. Zeichentrack-Serie. Und was davon? Warte mal. Damit man ein Dinosaurier klonen kann, muss dieser Bärenstein etwas enthalten, das Blut saugt. Das war nicht schwer, ne? Das war nicht schwer. Das ist ein Bärenstein. Das ist eine Mücke. Haha. Dann klonen, Mann, Digga. Was macht eigentlich Indiana Jones im Jurassic Park? Klonen, siehst du doch. Oh, wie süß. Guck mal, das ist ein... Das ist ein... Das sieht aus wie in so einem Pokémon. Das ist ein... Pokémon. Wie heißt das? Stegono... Stego... Stego... Ja... Nee, war das nicht die Große mit dem Hals? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Brontosaurier. Nicht? Ist das nicht so einer? Echt? I don't know. Schreib es in die Kommentare, bitte. Ja, falls wir einen Archäologen unter uns haben. Ähm, was ist hier los? Wir wollen mit einem Vinosaurier spielen, der uns nicht auffrisst. Guck mal, und jetzt ist es nämlich wichtig, die zu kennen. Beziehungsweise kann ich den nicht einfach... Der Prontosaurus oder Stegosaurus? Ich glaube, der... Ich glaube, der... Oh, Brut. Brutosaurus. 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 Siehst du, dass der mit dem Hals noch nicht... Yes. Das ist nämlich ein Pflanzenfresser. Was ist hier? Was ist da unten? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da denn? Da komm mal nicht hin? Sieht aus wie lila, nah da... Darth Vader. Gut. Hier kann man auch rein. Ja, dann mach das doch mal. Ach so, da kann man hoch. Hier ist eine Zeitmaschine. Warum? Warum nicht? Dieser Schmetterling verursacht in der Zukunft eine Katastrophe. Beseitig ihn, bevor es zu spät ist. Aber wieso denn? Aber, aber, aber... Den hauen wir denn jetzt? Echt? Kann man nicht... Kann das nicht eine Spinne erledigen für uns? Eine Spinne... Oh, wie süß. Oh ja, vielleicht. Oh, jetzt guck mal, jetzt hab ich... Jetzt hat mein Flugzeug auch hier den Olibar abgekriegt. Sieht gut aus. Sieht aus wie ein Magnum. Okay. Ähm... Oh nein, der Olibar! Oh nein! So, jetzt hat der Schmetterling die Olibar... Absteigen! So! 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 I'd like... An apple, please! Ähm... Entfernen! So! Besser ist das, ne? Pass mal auf, wir machen das wirklich! Nein! Doch! Achso! Achso! Yeah! Der Schmetterlingseffekt! Ich bin traurig! Wir haben jetzt die Zukunft verändert! Oh mein Gott! Toll! Wie hat er jetzt Angst? Wieso ist er jetzt wieder ein Schmetterling? Guck mal, der hat Angst gehabt auf einmal! Oh, der Schmetterlings wohl aggro! Wo? Der war voll aggressiv! Stimmt! Guck mal! Na, guck! Weißt du was? Jetzt haust du den, oder? Adjektiv! Achso, ne doch nicht! Tot! Riesig! Bist du... Bist tot! Bam! Riesenspinne! Und... Warte mal! Iiiiih! Das ist schon ein bisschen eklig! Kann das sein, dass der Dinosaurier gerade die Spinne reitet? Ähm... Oder er umarmt ihn freundschaftlich mit seinem... Guck mal! Guck mal! Flotter Dreier! Na Mensch! Oh mein Gott! Was hier alles geht! Okay! Die hier spielen noch mit dem Brontosaurus! Der hat hier auch zu tun! Was ist hier denn? Ach, genau! Wie heißt der denn nochmal? Stegosaurus? Ich dachte, Stegosaurus ist der andere, den ich meinte! Ja, da hast du dich wahrscheinlich vertan! Du hast dich vertan! Oder du hast dich vertan! Achso! Das kann sein! Verhindere, dass Rex die Dinosaurier jagt! Wer ist Rex? Wer ist Rex? Die Spinne! Das ist ein Pachy... Pachycephalosaurus? Mhm! Dann können wir ja hier nachgucken! Das wusste ich! Triceratops! Triceratops! Stimmt! Ah shit! Das hätte ich auch ohne gucken gewusst! Ach das Rex! Wo ist Rex? Hier! Ach da! Hallo! Okay! Wir können ihn rekonstruieren! Oh, da bin ich mal gespannt! 5 Milliarden Dollar Dino! Der hat ganz schön penetrante Augenbrauen präsente! Dieser Tyrannosaurus Rex ist schwer verletzt! Zeit ihn wieder aufzubauen! Gib ihm als erstes etwas zum Wehen! Was? Ein Palmenblatt! Ein Fächer! Was will er? Ein Palmenblatt! Gibt's nicht! Warum denn nicht? Ja! Komisch! Das verstehe ich jetzt auch nicht! Okay! Palmenblatt! Aber warum denn wideln? Palmenkrieg... Naja, weil erstmal muss er Luft kriegen, weißt du? Hier! Dong! Okay! Schade! Ähm... Ich dachte, wir brauch ein Schwanz zum We- also ne- weißt du... Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Eine Hunde-Rute! Ähm... Wedler! Ein Wedel! Was ist das denn? Ein Staubwedel! Wo ist denn dein Schwanz? Und der wedelt tatsächlich damit. Sag ich doch, der braucht einen Schwanz. Nee, ha ha ha, wie lacht ihr? Die Operation ist störungsfrei verlaufen. Als nächstes braucht der Tyrannosaurus Rex eine neue Energiequelle, damit er mit diesen Verbesserungen zurechtkommt. Ich bin für einen Atomreaktor. Atomreaktor. Das wird ein krasser Dinosaurier, sag ich dir. Zeit für die letzte Operation. Wir mussten das Maul des Tyrannosaurus Rex ersetzen. Gib ihm etwas Scharfes, womit er seine Nahrung kauen kann. Eine richtig heiße Table Dancerin. Ich wollte es Trippys nicht sagen, aber ich dachte, der Witz ist jetzt so so Fischkopf mäßig, dass du ihn natürlich bringen musstest. Das tue ich nicht. Gibt es nicht. Stripperin. Skipper. Stripper. Schwimmerin. Schuppe. Schuppe. Wie leicht? Warte. 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 Model. Aber das sind Mann. Männer sind nie scharf. Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nochmal ein Model eingebe? Nochmal der gleiche. Okay. Dann. Ja. Nehmen wir ein... Warte. Bin ich da anders hier mit mir? Also für mich. Ein Schwerthai. Natürlich. Schwertwal. Schulhai. Hä? Ist das ein Schwertwal oder ein Schwerthai? Gibt es wohl gar kein Schwerthai. Haben wir das jetzt einfacher vor? Das ist doch ein Orca. Das ist doch kein... Nee. Das ist doch Free Willy. Schmeißen wir weg. Fili muss weichen. Jetzt machen wir es irgendwie einfacher. Weiß ich nicht. Ja, jetzt gibt es ein Skypiele oder eine Kettensäge. Oder wie so? Kettensäge finde ich geil. Die ist ja nicht scharf, aber... Für seinen Mund sehr gut geeignet. Yeah. Wow. Okay. Die Operation war ein Erfolg. Jetzt braucht der Robo Tyrannosaurus Rex nur etwas Flüssigkeit, damit er läuft. Gib dem Robo Tyrannosaurus Rex etwas, das sein Herz antreibt. Wäre eigentlich logisch. Jetzt, liebes Kribbelnaut-Leute. Es gibt kein Bier. Echt? Es gibt kein Bier? Es gibt kein Bier. Warum denn nicht? Das ist ja komisch. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben jetzt zwar ein Starryd, aber... Oh, oh. Äh. Oh. Wir sollten ja irgendwie machen, dass er hier... Oh. Wir haben die Welt vernichtet. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich, 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 ähm, äh, ich, äh, äh, äh... So, erst mal abhauen. Hä? Und nun? Ja, sollen wir sie doch alle auffressen. Wir haben unsere Starrydzes quasi schon. Ach, da ist er ja. Yay! Fünf Millionen Dollar, Dino. All right. Oh, herrlich. Damit ist auch die Folge vorbei. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Honeyblum. Vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.